Schlagerlegende Tony Morshow gestorben Nach langer Krankheit ist Tony Morshow im Kreis seiner Familie gestorben. Das teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Der Schlagerstar hat unzählige Hits gesungen und seine eigene Fernsehshow moderiert. Im engsten Familienkreis feierte er noch am 3. Februar seinen 85. Geburtstag. Hurra, die 85 ist da, sagte er zuvor. Und dann habe ich auch noch das große Glück, meinen Geburtstag genau mit den Menschen zu feiern, die mich immer so genommen haben, wie ich bin. Eigentlich als Opernsänger ausgebildet, wurde er mit dem Hit Schöne Maid 1971 zum Stimmungsmacher der Nation. Zahllose Hits folgten, darunter Heute hauen wir auf die Pauke. Junge, die Welt ist schön, Bora Bora oder auf der Straße nach Süden. Rund 120 Singles veröffentlichte er, moderierte rund 40 TV-Shows und absolvierte tausende Auftritte, verkaufte Millionen Platten und CDs. Mit dem Titel Der Star gewann er 1976 die deutsche Vorentscheidung zum Escape, wurde aber kurz darauf disqualifiziert, weil die israelische Sängerin Nizza Tobi das Lied vier Jahre vorher vor Publikum gesungen hatte, was gegen die Wettbewerbsregeln verstieß.